Hallo, hier ist der Ex-Lob mal wieder nach langer, langer Zeit. Möchte ich jetzt mal ein kurzes Video machen, was denjenigen helfen soll, die sich über diese Aussage hier ärgern. Ship cannons or cannon type weapons are now semi-automatic fire. Das ist aus den Patch Notes von Alpha 3.2.1f aus dem PTU. Und das bedeutet, dass Waffen wie zum Beispiel die Broadswords oder die Tarantulas jetzt eben nicht mehr automatisch wieder und wieder feuern, solange ihr den Button für die jeweilige Feuergruppe gedrückt haltet, sondern ihr müsst für jeden einzelnen Schuss jedes Mal den Button drücken. Und für diejenigen, die das nervt, wie zum Beispiel mich, gibt es natürlich auch Workarounds. Ich möchte euch das jetzt mal am Beispiel von Joystick Gremlin zeigen. Ich habe jetzt hier ein vereinfachtes Standardprofil von mir und da seht ihr hier auf diesem Stick, da liegen bei mir auf Button 1 und Button 2 die Feuergruppen 1 und 2. Das ist ein Dual Stage Trigger. VJoy bedeutet, dass aus den ganzen Geräten, die ihr hier seht, wie das sind die Pedale, das ist ein Stick, das ist ein anderer Stick, eben eine virtuelle Device gemacht wird, also ein virtueller Joystick und das ist in dem Fall eben VJoy Device 1. Ich kann euch das gerade mal zeigen hier im VJoy Monitor, wenn das Profil läuft, dann seht ihr hier, okay, alles klar, da sind Achsen und hier sind eben Button 1 und Button 2. Und die sind eben so standardmäßig eingestellt, dass das eben ein Hold verhalten hat. Das heißt, der Button ist aktiv, solange er gedrückt bleibt. Aber wie gesagt, funktioniert das ja dann eben mit diesen Kanonentypen von Waffen nicht mehr. Und was ihr machen könnt, um dagegen vorzugehen, ist zum Beispiel in Joystick Remnant, ihr legt einen neuen Modus an. Dafür geht ihr hier oben auf Tools, Manage Modes und dann, hübs, da ist schon einer drin, sollte er nicht sein, egal. Dann geht ihr hier auf Add Mode und ich nenne das jetzt, von Zufall stand eben schon drin, halbautomatisch. Ja, vielleicht auch noch richtig schreiben, dann wäre das was. Und jetzt stelle ich hier unter Parent noch bei halbautomatisch das Default Profil oder den Default Modus ein. Das heißt, das ist eine 1 zu 1 Kopie vom Default Modus. So, wenn wir jetzt hier auf den halbautomatisch Modus draufgehen, ist erstmal verwirrend, da steht überhaupt nichts drin, als wäre nichts gebunden. Das stimmt aber nicht. Hier wird nur das angezeigt, was sich von dem Default Modus unterscheidet. Alles, was gleich bleibt, also wo ihr nichts verändert, da steht gar nichts. Das heißt, was wir jetzt eben machen müssen, ist, wir gehen auf Button 1. Das ist eben unsere Feuergruppe 1, jedenfalls in meinem Fall. Und da fügen wir jetzt ein Makro hinzu. Also statt hier oben auf Remap in dem Dropdown wählen wir jetzt hier Makro aus, fügen den hinzu. Und dann hier oben mit der Schaltfläche fügen wir einfach mal zwei Aktionen hinzu. Jetzt gehen wir auf die erste drauf. Wir wollen natürlich keine Pause haben. Das ist einfach nur die Standardeinstellung. Was wir haben wollen, ist, wir möchten, dass der VJoy-Button von VJoy-Device 1, der Button Nummer 1, dass der jetzt gedrückt wird. Und in der zweiten Aktion wollen wir, dass dieser gleiche Button wieder losgelassen wird, also released. Und damit ich euch das demonstrieren kann, muss ich jetzt allerdings noch im Default-Modus hier mir irgendeinen Button schnappen. Ich schnappe mir jetzt einfach mal auf dem T16000er den hier. Standardmäßig geht nämlich JOSD Kremlin immer auf den Modus Default, wenn ihr das Profil startet. Und damit ich jetzt eben umschalten kann in den Halbautomatisch-Modus, brauche ich diesen Button, den ich mir als Switch-Mode belege. Und jetzt habe ich ihn halbautomatisch, wie ihr hier unten sehen könnt. Und wenn wir jetzt uns angucken, was JOSD Kremlin ausgibt, wenn ich den Button 1 drücke, dann seht ihr, dass er den Makro ausführt. Er macht sofort, wenn ich den Button drücke, ein Button Press und ein Button Release. Und zwar egal, wie lange ich den Button halte, er schaltet den direkt wieder ab. Das heißt, den halben Weg haben wir jetzt schon geschafft. Was jetzt natürlich noch fehlt ist, hier gehe ich wieder zurück, was jetzt hier in diesem Makro noch fehlt ist, dass diese zwei Aktionen, nämlich Button drücken und Button wieder loslassen, so lange wiederholt werden automatisch, wie ich den Button tatsächlich gedrückt halte. Und das stellt man einfach hier unten ein bei Makro Settings. Da steht im Augenblick None. Und was wir jetzt einstellen ist Hold. Gut, dann steht hier noch ein Delay. Das bedeutet, wie lange er wartet, bis er diesen Makro wieder von vorne ausführt. Wenn ich das jetzt ausführe, kann ich euch das wieder hier drüben zeigen, dann seht ihr, dass der Button 1 immer, immer wieder gepresst und released wird, solange ich den Button halte. Dasselbe müsstet ihr jetzt natürlich auch noch für den Button 2 machen. B-Joy, Device 1, jetzt in dem Fall eben Button 2, Press und auch wieder Release. Und dann hier unten noch Hold einstellen. Eure Verzögerung, die ihr euch wünscht. Speichern, neu ausführen, Profil wechseln. Und jetzt seht ihr bei dem Dual-Straight-Trigger eben, dass das für beide Buttons funktioniert. Jetzt müsst ihr aber natürlich in diesem halbautomatischen Profil auch wieder einen Button anlegen, der euch die Möglichkeit gibt, wieder in euren Default-Modus zurückzuwechseln. Logisch, denn sonst kommt ihr ja nicht wieder zurück. Wenn ihr das jetzt hier anlegt, dann seht ihr hier unten links in der Ecke, dass mit den zwei Knöpfen, die wir da angelegt haben, wir einfach zwischen den beiden Modi hin- und herwechseln können. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder eventuell auch Interesse daran habt, wie bei Joystick Remlin einfach so die Basics funktionieren und wie man so ein grundlegendes Profil anlegt und was es da für Funktionen gibt, dann lasst mich das einfach wissen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da einfach genug Interesse besteht, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Bis dahin, viel Spaß mit einem Profil, das euch um dieses Canon-Gate problemlos herumführt. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Alles Gute und ich hoffe, ich sehe euch im Vers.